Hi und herzlich willkommen bei meinem Monk-Podcast, der dir hilft, deinen Weg zu gehen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du da bist. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Seneca. Wer Ja sagt zu seinem Schicksal, den führt es voran. Den Widerstrebenden aber schleift es mit. Also Stichwort akzeptieren heute, annehmen, was ist und dann nach vorn schauen. Das ist aber gar nicht so leicht und oft verrenne ich mich und verrennen sich auch andere Menschen in dem Versuch loszulassen. Oder besser gesagt, sie treten auf der Stelle oder scharren mit den Füßen und graben sich eigentlich dabei ein immer tieferes Loch im alten Leben und alten Schmerz, statt wirklich loszulassen und es hinter sich zu lassen. Werfen wir einen Blick oder vielleicht eher ein Ohr auf Susanne. Susanne steht am Fenster und raucht. Draußen ist es grau. In ihr wechselnd blutig rot, wie eine offene Wunde, dann wieder sargschwarz. Früher konnte sie Ringe in die Luft rauchen. Manchmal erinnerte die Wolke sogar ein bisschen an ein Herz. Seit einer Weile kommt höchstens noch was zwischen Hunderhaufen und Atompilz, wenn sie Rauch ausbläst. Susannes Mann hat sie verlassen, für eine ältere, von heute auf morgen. Es ist aus, hat er gesagt, es ist aus, es ist aus. Er ist weg und er hat die ersten drei Buchstaben aus gemeinsam mitgenommen. Susanne kann und will sich nicht mehr so fühlen wie in diesen letzten Monaten, die sich über die Zeitachse ausbreiteten wie Ewigkeiten. Eine Stunde so lang wie ein Tag, ein Tag so lang wie ein Jahr, festsitzen in der Hölle. Also ist Loslassen wohl die Antwort. Das hat sie gelesen und ja, sie will, will, will loslassen. Den Schmerz, den Partner, der nicht mehr ihrer ist nach über sechs Jahren. Die Bilder in ihrem Kopf, von ihm und seinem neuen Leben, die von innen auf ihre Tränensäcke einprügeln. Immer wieder versucht Susanne es. Setzt sich auf die Couch oder legt sich ins Bett. Lass los, Susanne, lass los. Sie wartet ab. Loslassen, wiederholt sie. Nichts passiert. Jetzt lass endlich los, verdammte Scheiße. Aber der Schmerz ist da und bleibt. Die Traurigkeit, die Wut. Es funktioniert nicht. Am nächsten Tag versucht sie's wieder. Diesmal will sie mit dem Schmerz verhandeln. Schmerz? Ich lasse dich fünf Minuten lang da sein, aber dann haust du wirklich ab, okay? Einen Moment lang scheint es ihr besser zu gehen. Sie wird ruhiger. Doch als sie beginnt, sich etwas sicherer zu fühlen, ist er wieder da, dieser miese, verdammte Schmerz. Susanne hat die falsche Art des Loslassens kennengelernt. Eine Art, die mir selbst bestens vertraut ist. Das heißt, die Art des Loslassens, die nicht funktioniert. Nie. Loslassen ist auf diese Weise nur ein weiterer Versuch, Kontrolle über die Gefühle zu erlangen. Genauso wie sie zu verdrängen, sie wegzudrücken, sie abzulenken. Es ist, als würden wir auf eine geschlossene Zange das Wort Loslassen schreiben. Es bleibt eine geschlossene Zange, ein Werkzeug, das kontrollieren und manipulieren will. Die richtige Art des Loslassens, das heißt, jene, die wirklich funktionieren kann, geht anders. Loslassen heißt nicht loswerden, sondern da sein lassen. Der buddhistische Mönch Achan Pram schlägt folgenden Satz vor. Schmerz, die Tür zu meinem Herzen steht dir offen, ganz gleich, was du mir antust. Schmerz, die Tür zu meinem Herzen steht dir offen, ganz gleich, was du mir antust. Und auch ganz gleich, wie lange du es mir antust. Ich habe echt wenig Lust drauf, aber wenn es so sein soll, dann mein ganzes restliches Leben. So geben wir die Kontrolle ab, die zu nichts führt. Wir räumen dem Schmerz ein Bleiberecht ein. Und scheinbar paradoxerweise wird er gerade dann viel eher wieder abreisen. Denn worum es ihm wirklich geht, was er wirklich will, ist nicht, uns das Leben für immer zu ruinieren. Es ist stattdessen die uneingeschränkte Einladung und Freiheit, die er haben will, die er hören will und fühlen will. Er will gar nicht für immer bleiben, sondern nur die Erlaubnis haben, da sein zu dürfen. So wie ich grundsätzlich. Und du wahrscheinlich auch. Wie ist es denn bei dir? Denk an eine große Last, wenn es eine gibt, die du gerade schleppst. Wie schwer sie deine Schultern, deinen Rücken, dein Gemüt nach unten drückt. Und wie du unter dieser Last keuchst. Vielleicht ist es ein Schuldgefühl, weil du jemanden im Stich gelassen hast. Oder eine tiefe Trauer, weil jemand dich im Stich gelassen hat. Oder ein pochender Schmerz, weil das Leben dir nicht nur ein Stich, sondern einen heftigen Schlag verpasst hat, der so vieles zertrümmert hat. Stell dir nun vor, wie du diese Last abstellst und ohne sie weitergehst. Wie fühlt sich das an? Du hättest sie schon abgestellt, hättest sie doch schon längst hinter dir gelassen. Gäbe es dann nicht etwas, das dich abhält? Eine Angst. Vielleicht ist es die Angst, nicht gut genug zu sein und verlassen zu werden, wenn du dich von Statussymbolen trennst. Das loslässt, diesen Wunsch zu glänzen und leisten zu müssen, loslässt. Vielleicht ist es die Angst, dass du einsam und verlassen sein wirst. Für immer, wenn du aufhörst, deinen Partner oder dein Kind zu kontrollieren. Oder wenn du dich von einem Menschen trennst, der dir dein Leben eigentlich zur Hölle macht. Oder die Angst, verletzt zu werden, wenn du das Land der Einsamkeit verlässt, in dem du dich seit Jahren selber eingesperrt hast. Oder es ist die Angst, unter der Brücke zu verhungern, dein Gesicht angefressen von Ratten, wenn du deinen Job aufgibst und deinem Traum folgst. Oder vielleicht auch die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, wenn du nicht mehr ständig deine Mails checkst. Es lohnt sich, dass wir diese Angst, diesen Grund aufspüren. Was befürchtest du, wenn du loslässt? Dass etwas Schlimmes passiert? Dass du ein Ziel nicht mehr erreichen kannst? Dass die Sache dann endgültig vorbei ist? Oder? Und das ist eine sehr häufige, meist unbewusste Angst vor schwierigen Gefühlen, die ich selbst sehr gut kenne. Befürchtest du auf irgendeine Weise, dass dich das Gefühl umbringen könnte, weil es so stark ist? Die Angst und eben auch das schmerzhafte Gefühl zulassen, sie da sein lassen, sich mit ihr auseinandersetzen, das braucht es, wenn wir sie überwinden wollen. Manchmal sehen wir, dass uns noch etwas fehlt, bevor wir bereit sind. Ein klärendes Gespräch vielleicht, ein bisschen Zeit, um zu verdauen. Eine Alternative zum Alten, ein Plan für was Neues. Manchmal können wir auch gar nichts weiter tun. Hinter der Angst vom Zulassen und Loslassen steht so eine Sehnsucht nach mehr Vertrauen. Ein Vertrauen, wie der tschechische Künstler und Politiker Vaclav Habel es so beschreibt. Vertrauen ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es gut ist, egal wie es ausgeht. Das heißt, nicht darauf zu vertrauen, dass unsere Erwartungen unbedingt erfüllt werden, sondern darauf, dass wir damit umgehen werden können, wenn sie nicht erfüllt werden. Dass uns das Gefühl, wenn wir es zulassen, nicht vernichten wird. Wir werden es aushalten. Und dieses Vertrauen kommt leider nur, indem wir uns trauen. Ein Vogelkind lernt nur fliegen, wenn es die Eltern aus dem Nest schubsen. Aus was weiß ich wie vielen Metern Höhe. Erst dann breitet es die Flügel aus und sieht, boah irre, ich sterbe nicht, der Wind trägt mich, das Leben geht weiter. Oder beginnt vielleicht sogar erst richtig jetzt. Die Rolle dieser Vogeleltern müssen wir für uns selber übernehmen. Niemand wird kommen und uns das abnehmen. Und wagen wir es aber, dann werden wir belohnt, immer mit einer unbeschreiblichen Freiheit. Falls du es dir im Moment überhaupt nicht vorstellen kannst, dass du das Unbequeme und auf Dauer für dich Schädliche, dafür aber Bekannte, Nest verlässt, dann kannst du dein Vertrauen auch an anderen Stellen trainieren mit ganz kleinen Schritten. Du kannst dich in deinem Tempo ans Loslassen gewöhnen. Das muss nicht von jetzt auf gleich ein Gewaltakt werden. Und zum Beispiel könntest du dir vornehmen, dich erstmal nur so ein paar Sekunden oder eine Sekunde diesem unangenehmen Gefühl zuzuwenden. Indem du tief einatmest und ausatmest, ein paar Atemzüge lang, und dich dann auf das konzentrierst, was du in deinem Körper spürst, wenn du das Gefühl ein bisschen zulässt. Wo sitzt das unangenehme Gefühl? Im Bauch? In der Brustgegend? Im Hals? Woanders? Und welche körperlichen Empfindungen gehen damit einher? Drückt es? Zieht es? Sticht es? Ist es eher klein? Oder großflächig? Und wenn da Gedanken kommen, kannst du sie einfach ganz sanft wieder auf das zurücklenken, was du rein körperlich spürst. Und wenn das am Anfang nur so ein paar Sekunden sind, auch gut. Nähere dich dem Gefühl und dem Zulassen wirklich in deinem Tempo. Und mit der Zeit lernst du, dass du es aushältst, dass du es überlebst, wenn du es zulässt. Und dass du irgendwann deine ganze Abwehr dagegen aufgeben kannst und ganz zulässt. Und dann losgelassen wirst, wenn das Gefühl, den Raum und die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es braucht. So, diese Podcast-Folge braucht jetzt nicht mehr Raum, sie ist vorbei. Ich habe vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich sehr über deine ehrliche Bewertung bei iTunes oder wenn du den Podcast abonnierst, zum Beispiel bei iTunes, weil er dann in den Charts steigt und bekannter wird, was mir natürlich hilft. Oder wenn du jemandem dem Podcast weiterempfiehlst. So, schönen Tag dir und bis bald vielleicht. Ciao.